Fertig reden. So, man hat's ja fertig geredet. Jetzt so, ah, nee, warte, ich kann ja jetzt direkt, ähm, Missionen. Was warten, bis die Karte geladen hat? Ach, machen wir doch Grab von General Tarsis, hä? Jo. Den Grab von General Tarsis? Mhm. Müsstest du auch haben, also die hatte ich einfach so. Ich hab die nicht, ich hab nur Skarkontrolle und helfende Hand. Ich kann auch helfende Hand machen. Oder wollen wir diese komischen, äh, freie Spielmission-Dinger machen, da? Oder kam das da mit? Dass wir, als wir die vier gemacht haben? Vielleicht hat die vier Gräber gemacht, deswegen. Ja, lass uns diese vier Gräber kurz machen. Die hab ich nämlich noch nicht gemacht. Also müssen wir in zweifel spielen. Ja, dann machen wir die eben. Ach, das ist er auch. Der musst du uns nur lotsen, weil ich glaub, wir sehen die nicht mehr. Jo. Die sind auf der Karte markiert auch. Ja, ich weiß. Eki? Hey, das ist so nervig, dass man hier frei drücken muss. Hast du dein Verbrauchsobjekt, äh, äh? Ach, fürs Freie, fürs Freie, nehm ich nichts. Diese Ladesequenz, wo du siehst, wie du in deinem Javelin an, äh, Einsteigstechen sitzt, die könnten sie zum Beispiel drin lassen. Ja, oder, also entweder, dass man sie mal komplett sieht, oder sie nehmen sie einfach komplett raus, ne? Also, dieses Abge... Sie haben sie fast komplett gesehen. Ich nicht, also, ich hab sie einmal komplett gesehen, weil der Server abgeschmiert ist, aber... Da passiert auch wesentlich mehr, ey, die geht fast 20 Sekunden dann gefühlt. Ja, wobei ich sagen muss, dass deine, finde ich, ein bisschen... Ja, dadurch, dass deine ja schwimmen kann, ist das ein bisschen schade, weil du ja nicht durch diese Plattform quasi angeroben wirst. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Finde ich ein bisschen schade, weil du siehst, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst. Und bekannter Fehler, Verbindungsproblem, okay? Einfach weggedrückt. hier kommt noch jemand smoke safe hat er schon da ich hoffe du musst jetzt nicht allzu viele sachen noch erledigen dafür weil du kommst in die gräber nur rein wenn du bestimmte sachen erfüllt hast im kompletten spielverlauf hast du ein k also hast du glaube ich die anforderung für ein grab hast du sie für alle oder weiß ich nicht in eins kam ich nämlich nicht rein weil ich noch 50 nahkampf kills machen musste und mit der klasse richtig überflüssig wo bist du ja es war gerade rum ich sehe sie auf der karte aber hier oben im ding nicht im kompass er merkt die richtung wo es auf der karte ist und dann fliegst du dahin ja 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 aber ich muss ja bei dem spiel wenn du millimeter abweicht ist bei der karte schon wie jetzt zum beispiel links eigentlich braucht man sich hier durch war gerade übertrieben es lebt nicht auf der karte gab manchmal richtig weil wenn du jetzt hier auf die andere seite ist es dann könnten wir auch hier durch genau am ende der bergkette die vor uns ist sie können auch links vorbei fliegen oder hier durch besser gesagt wo ich bin ja bei uns kannst du durch ja bei uns kannst du durch kommen die karte lädt nicht wenn ich währenddessen mich bewege sollen die scheiß also das ist die gegner sein und jetzt jetzt zeigt mir gar vielleicht teilweise ganz schwierig an die rummisch gedreht Wo kommt die denn her? Die standen da gerade noch gar nicht, die beiden. Die spawnen welche. Oh! Ajo! Oh, warte mal kurz. Oben auf dem Kompass. Oh, hier hinten. Da kann ich sogar noch mit dem Ding saufen. Oh, da ist das Blaues gedroppt. Oh, die sind alle Gold? Ja. Okay, sie sind tot. Wo ist Lace? Ich bin hier schon bei einer anderen Mission, die hier zwischen den Karten gespongen ist. Ich habe hier eine Elite. Ja. Der Item ist für jeden Einzelnen, glaube ich. Freeze! Okay, wo ist Lace? Warst du in den Grab drin? Ja, ne? Ne, war ich noch nicht, weil hier zwischendurch halt nur ein bisschen gedroppt ist. Ja, aber das Grab ist doch hier bei uns, oder nicht? Ist das nicht das Ding hier vorne? So. Ne Ruine oder so, das gibt es ja auch noch. Ich habe sie jetzt endlich auf dem Kompass oben, deswegen. Ach, äh. Event oder was? Ja. Ach, äh. Event oder was? Fertig! Was wäre erledigt? Was wäre ich mein Anschlum machen? Oh, unterbrochen. Welchen Schwein? Pff. Eben, ne. Hallo? Höchstauer. Gedrückt halten ist zu schwer. Haha. Ja. 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 Sie sind auf der Flucht. Gute Arbeit, Kumpel. Wo ist die Klicke? Bei mir. Gute Arbeit, Kumpel. Grün. So. Ab zu dein Dingster. Naja, die ist hier unter Wasser oder was? Nein. Dann ist sie hier hinter. Öffnen. Aber könnt ihr da jetzt überhaupt rein? Ne, wir müssen hier noch nicht rein. Du gehst nur rein, holst einen Sarg und gehst direkt wieder raus. Achso. Da ist kein Gegner und gar nichts. Ist schon langweil. Ja, fand ich auch. Geil. Hätten wir auch in die Map einbauen gehen. Ja. Aber die Ladezeit geht schnell. Auch nach draußen? Ne, Schau. Ja. 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 und der herausforderung kannst du gucken ob du auch alle abgeschlossen hast du glaubt du für irgendwas noch was erledigen muss wie keine ahnung nahkampf kids oder so ein blödsinn also nahkampf geht es wahrscheinlich nicht aber es gibt noch diverse andere sachen holen und komm ich mir doch oder was blaues gedroppt welche hier eingeflogen wo komme ich denn hier sind nicht muss ja auch hier durch irgendwie ist eine leitung heute nicht ganz so stabil oder weil du bist teilweise sprachlich ein bisschen am lenken und vorhin hast du mich ja legen hören ich glaube das ist bei dir irgendwie eigenartig der unwetter hier die ganze schneidet ist wo ich kabel durch den über landleitung oder was oder wo bist du hier raus hier warte mal ich muss erst mal hier den weg raus ich komme nicht gerade durch ich komme nicht gerade ich komme nicht gerade durch ich bin jemand geflogen seitens wieder sind verwirrt wurde der die hier nur diese felswand deswegen ist die früchte das hat Spaß mit Tano sie nicht so immer von links nach rechts fliegen ja wir gehen weiter also vermutlich jetzt sind wir wieder an Tarsis Vertraue auf Lasern und Flugkünste jetzt zeigt mir die Map irgendwie was komplett das andere noch ah ne 1,2,3 der waren wir verwirrt offiziell ja Wegpunkte setzen wir mega ich hoffe das kommt mit dem nächsten Update das wäre echt nice wie kann man so ein Spiel rausbringen mit so einer riesen Karte und man hat nicht die Möglichkeit was anzuwählen du kannst auch richtig schön auf die Karte gehen und du siehst überall diese ganzen Reisetore aber warum du kannst die nicht mal irgendwie anixen ach so ich sehe die Gräber auch noch zu welchen musst du denn jetzt noch Ivenia oder Ivenia genau ich sehe es halt grad irgendwie im Navi nicht also er ist neben Fortarsis aber genau eigentlich andersrum ja rechts davon oder nicht also eins war glaube ich also bei Fortarsis ein bisschen weiter unten rechts genau also am Gemäuer rechts irgendwo genau einer von euch fliegt jetzt auch gerade da rum und müsste gleich links abbiegen ja das bin ich grad nicht ah aber jetzt weiß ich nicht wo ich hier jetzt muss ich hier ja 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 ach das war das ja das fand ich auch richtig tricky das hier zu finden nein da hab ich auch im links dafür gebraucht oh warte mal war da ne Kiste ne 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 ja ne 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 was man nicht so alles findet und hier ist auch noch was an der wand hattest du das auch das ist jetzt 1 von 50 bei mir achte meine güte ich bin bei 27 und hier ist noch eins ja die dinge die sehe ich immer relativ gut hier wo ich stehe an der wand ist noch eins ich hab da bei mir ist erkannt ach so ok um lasst du so was los nicht ach so dann leckst du das würde sich an als ob du machst also falls du eben irgendwas gesagt es kam nichts an hier ist noch eins ich hier nicht durchgegeben und hier von mir hier sind auch überall noch ressourcen info ja du du bist offiziell am lenken heute es kam nur das wort info eben raus gar nichts gar nichts gar nichts leute so wie zwar das nur schick kranke lache jetzt jetzt wird ein schuh draus eingefroren musste lang gar nichts gar nichts das ganze oben rechts glaube ich gewesen oder karif das war ja karif ist oben rechts also dann nach oben rechts oder nach oben links aber wie ist denn unsere position warte mal ich guck mal kurz jetzt geht das nicht hinterher ja also irgendwie so nordöstlich irgendwie ne nordöstlich irgendwie so grob in die richtung ja also kleiner tipp von mir jungs versucht nicht über den berg zu fliegen und wollen wir das event noch mitnehmen was hier vorne ist ist das gerade vorbei da sind die gesetzlosen da sind sie wieder man kennt sie ja moin alter alter wer war das da hat mich eine ganz gut weggenutzt zwei schossen nicht wirklich bei mir sind auch ein paar kleine mobs das machen wir nochmal richtig hier alter warte mal ich muss erst mal runter irgendwo ist einer der richtig krassen schaden drückt ja hier 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 bei mir bei mir freeze oh oh alter wie viele sind das denn guck mal da um die ecke turn away laute elite pass auf oh fuck oh fuck stellen die wand vor euch halt alter ich kann er ab bei mir ist noch eine elite er hat noch dick schild schild ist runter alter warum nimmt aber gut er schon so viel schluck will ich seine mutter nicht kennenlernen so jungs wohin geht es weiter nordosten na ja warte mal ich gucke mal wie es jetzt aussieht ja es sieht ganz gut aus links oder rechts können eigentlich mehr so zwischen ja doch nordost irgendwie so dazwischen irgendwie ja ein bisschen näher richtung norden glaube ich oder ja oh er hat mich verstanden die hitpucher ja jetzt habe ich dich gut verstanden ja das ist das problem wenn einer entweder pornos runter lädt und der andere gleichzeitig hoch lädt und das vielleicht mal gucken was im wohnzimmer gerade so abgeht ich sitze im wohnzimmer ach so dann solltest du gucken was im schlafzimmer abgeht da ist keiner ach so dann solltest du gucken was neben dir passiert der klassische gamer er kriegt nichts mit die frau sitzt in reizwäsche und er hart am game so könnte mein anzug mal runter kühlen wenn ich in der luft einfach nur runter falle kühlt er nicht aber sobald ich den boden berühr ja mhm tut 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 oh hier ist das hier ist glaube ich auch au ist das nicht aus einer titanen Gegend ach das wird ja auch gefixt ne dass so eine events angezeigt werden da freue ich mich auch schon drauf oh ich bin schon fast da oh ich hätte schon vorausgefunden ich habe da gerade gekämpft ja ich dachte wir verfolgen dein Ziel also wir tun es auch u u was u u u u u u u u u ho